Musik Heyo Leute, was geht? Ich bin zu euch, Leute, und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video hier auf meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, ich habe einen zweiten Kanal ausgestellt, extra für GTA Online Glitch Tricks and more. Könnte man so sagen. Denn ich finde, das sollte man eigentlich trennen. Minecraft PE und GTA passt da nicht ganz so viel, wenn viele, die Minecraft PE machen, haben natürlich keinen PC, sonst würden sie natürlich für den PC spielen. Und dann gefallen denen die Videos nicht so. Wenn ihr allerdings meint, okay, Funny Moment und sowas, das könnte noch hier kommen. Oder ihr könnt mir einfach mal unten reinschreiben, was ihr gerne sehen würdet von GTA oder ob ihr GTA überhaupt noch sehen wollt. Alles unten in die Kommentare. Die Woche werde ich jetzt noch damit ausfüllen, denn es ist ja die GTA slash Minecraft PE Woche. Das heißt, hier wird es auf jeden Fall noch kommen. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt diese Woche eher noch sowas wie Funny Moment und so machen. Und ja, Glitch Tricks und mehr wird dann auf dem anderen Kanal kommen. Wie findet ihr das? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, ich werde den auch unten verlinken oder noch in meinem Kanal verlinken. Da könnt ihr da mal vorbeigucken. Gegebenenfalls, wenn ihr an GTA interessiert habt oder vielleicht Gameplays guckt oder einfach nur meine Stimme mögt. Keine Ahnung. Könnt ihr den natürlich abonnieren. Ist wie gesagt alles unten in der Videobeschreibung. Einmal draufklicken und dann könnt ihr das auch noch abonnieren. Und ja, ich habe auch schon ein Video drauf hochgeladen. Ist ein kleiner Geldglitch. Also wer daran interessiert ist, einfach mal vorbeigucken. Ich würde nur sagen, das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.